Herr Rhein spaziert im Urtelhof und Da Vinci in Päuerbach. Ob Taufe, Hochzeit, Geburtstags- oder Firmenfeier, wir haben dafür die geeigneten Räumlichkeiten. Wir, die Familie Peham, sind auch Ihr kompetenter Partner im Catering-Bereich. Ob Hochzeiten, Firmen oder private Groß- und Kleinveranstaltungen, mit unserem Catering-Mobil verwöhnen wir Sie mit unseren kalten und heißen Köstlichkeiten. Wo und wann immer Sie es wünschen. Urtelhof.com Auto Püringer in Päuerbach. Ihr Spezialist für Neu, Gebraucht und Sportwagen. Viele Marken, faire Preise. Sie sollten uns besuchen. auto-püringer.at Jochens Imbiss, in der Bahnhofstraße 36a in 4722 Päuerbach. Dort, wo man sich trifft und auch bestens isst. Wirt, Spaching, in Niederspaching 8, 4730 Weizenkirchen. Gut bürgerliche Küche und saisonale Schmankerl genießen Sie in der gemütlichen Atmosphäre unseres Hauses und auch in unserem wunderschönen Gastgarten. Wirt in spaching.at Schlagerfreunde, aufgepasst! Sommernachtsträume des Schlagers im Melodium Päuerbach. Samstag, 17. Juni 2023, Beginn 19 Uhr. Sichern Sie sich noch schnell Ihre Restkarten bei Elmarieger unter 0676 349 1100. Endlich wieder zurück, das große Heimspiel Open Air des SV Sparhochhauser Pichl. Und das mit einer echten Sensation. Erstmals heißt es in Pichl Kabarett Open Air. Als Gast steht am 8. Juli 2023 mit Michael Mittermeier, ein Superstar der Branche auf der Bühne. Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Karten. Infos auf sv-pichl.at Ich bin der Michael Reisinger und habe einen Traumjob. Ich bin Finanzexperte und Versicherungsprofi. Ich bin wie ein Pensionslückenrechner. Und für meine Kunden wie eine Suchmaschine, damit sie immer den besten Schutz haben. Ich bin ein Papa, Chauffeur und Reitlehrer. Ich bin Kundenberater. Und Troubleshooter, was meine Kunden mal brennt. Ich bin Finanzberater bei Wüstenrot und Abwechslung ist mein Job. In der Gunter-Matic-Arena Preuerbach empfängt in der letzten Landesliga-West-Runde der Saison 2022-23 die Union der Haushockviertler Sternenstadt, die Union Gschwand. Für beide Teams geht es in dieser Partie um nichts mehr. Für die Elf vom Trainer Davorin Kabler ist nach dieser schwierigen Saison die Herbstrunde, beendete man in der 15er-Liga auf Rang 14 und lag zu diesem Zeitpunkt nur vier Zähler vor Schlusslich Schlierbach auf dem gehassten und gefürchteten Relegationsplatz. Aber dann kam Kabler und mit dem ehemaligen Bundesliga-Kicker der Erfolg zurück. Man rangiert auf der Elf und hat mit dem Abstieg und der Relegation nichts mehr am Hut. Ja, wie du ja schon gesagt hast, haben wir im Herbst eigentlich an einem vorletzten Stuhl gelegen. Haben dann geschaut, dass wir uns im Winter mit dem einen oder anderen verstärken. Haben auch dann einen neuen Trainer bekommen, einen Davorin. Und ja, wir sind im Frühjahr dann defensiv viel kompakter gestanden. Haben nach vorne auch unsere Chancen nicht mehr gehabt. Und somit haben wir einige Siege eingefahren und auch das eine oder andere unentschieden. Und somit haben wir uns dann eigentlich dann letzte Woche den Klassenerhalt eingültig gesichert. Und ja, wir sind grundsätzlich jetzt, das Saisonziel war, ist erreicht. Und jetzt schauen wir natürlich schon wieder für die neue Saison, dass wir gut aufgestellt sind. Und vor allen Dingen eine Liga, wo es eigentlich jede Woche fast ein Tübel gibt. Ja, das ist natürlich die Landesliga West mit den Vereinen da in der Umgebung. Mit Andorf, Scherding, Christkirchen. Das sind natürlich super Tübel. Es sind immer viele Leute. Und das ist auch für die Zuschauer super, weil die immer 500 bis 700 Zuschauer sind. Und das ist natürlich schon für uns in Beuerbach immer ein Erlebnis, wenn man da am Fusserplatz geht. Ja, ich kenne da die Leute von der Umgebung, schon von meinen Spielern, war ich da im Umkreis, habe ich gespürt. Und die haben mich gefragt, ob ich das ein bisschen mithelfen kann und dass der Verein in der Liga bleibt. Und wie gesagt, im Winter waren wir die Vorletzte. Und jetzt haben wir schon zwei Runden vom Schluss Klassenerhalt geschafft. Und natürlich sind wir froh darüber. Vor allen Dingen ein Klassenerhalt geschafft, wenn man so schaut. Auf den letzten drei Plätzen sind aufsteigende Landesliga West so eine starke Liga. Ja, die Liga ist ausgeglichen. Stark mit den zwei, drei Mannschaften, die vielleicht über die Liga stehen. Aber die andere ist komplett ausgeglichen. Das haben wir gesehen bei den Ergebnissen. Fast gegen jede kann jede schlagen. Und wir sind am Endeffekt froh, dass man trotzdem, wie jeder schaut, auf sich selber. Und wir haben auf uns geschaut, dass wir in der Liga bleiben. Und wir haben auch Gott sei Dank geschafft. Was war das Erfolgsgeheimnis dafür? Ja, etwas Geheimnis. Wir haben, ja, keine Ahnung, wir haben ganz einfache Sachen gemacht. Wir haben mit Elvin Fesic auch im Winter einen Spieler bekommen, der jetzt einen Unterschied gemacht hat. Und wir haben sie gut vorbereitet. Und die ersten paar Runden waren wir nicht so gut. Und dann ist ja mit der Zeit, die irgendwie alles hat geklappt. Und natürlich mit den Siegen zu Hause in Schäulobach und Grießkirchen. Das waren, glaube ich, Schlusspunkte für unseren Erfolg. Taborin Kabler bleibt in Bauerbach? Na ja, auf jeden Fall. Wir haben im Winter um eineinhalb Jahre ausgemacht. Und das wird schon sein. Und bleibt noch ein Jahr. Ja, du hast richtig gesagt. Die zweigeteilte Saison. Der Herbst war nicht so prickelnd. Aber das Frühjahr war absolut top. Was vielleicht ein bisschen schade war, dass wir zu viele X gemacht haben. Aber die Leistungen waren wirklich super. Die Jungs haben sich voll reingekaut. Und es hat mir sicher gepasst. Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis jetzt. Vor allen Dingen den Klassenerhalt schon vorzeitig gesichert. Ja, klar. Das ist natürlich schon im Hintergrund gelegen. Weil in der Liga, wenn du schlecht spielst, verlierst du gegen den Letzten. Aber wenn du gut spielst, kannst du auch gegen den Ersten gewinnen. Und das ist das Schöne daran bei uns. Vor allen Dingen hat es da im Winter einen Wechsel gegeben. Auf dem Trainerstuhl mit Dabrin Kabel einer gekommen, der gewusst hat, wie man mit solchen Situationen umgeht. Klar, einfach ein professioneller Trainer. Der weiß, wie das Fußballgeschäft geht. Relativ einfach ist und extrem mit den Leuten gut klauen. Das ist das Wichtigste. Wichtig ist, dass die Leute gerne zum Training kommen. Und das, glaube ich, war heute ein Ausschlaggebend. Apropos Verein. Da hört man Gerüchte, dass der Langzeitpräsident ein bisschen ruhiger treten will in Zukunft. Das habe ich auch schon gehört. Ja, schauen wir mal, was da rauskommt. Nein, selbstverständlich wäre nach 28 Jahren, glaube ich, habe ich sicher, dass ich selber bestimmen kann, dass ich aufkehre. Und am schönsten ist, wenn irgendwer da ist, der das macht. Ich freue mich schon richtig drauf, weil es kommt wieder eine neue Periode und es geht nur um Toni und es muss einfach weitergehen. Völlig anders da die Lage bei den Gästen. Für die ist die Saison nach Runde 30 noch nicht zu Ende. Zwar muss sich Schlierbach nach der 3 zu 4 Nachtragsheimniederlage am Vornleichnamstag gegen Esternberg nach nur einer Saison wieder von der zweithöchsten Fußballliga Oberösterreichs verabschieden. Geschwand entgeht zwar dem Fixabstieg mit vier Zählern Guthaben auf die Kremsthaler, muss als 14. mit fünf Punkten Rückstand auf die Spielgemeinschaft St. Marienkirchen-Wallern, den dritten Neuling in der Landesliga West, aber in die Relegation gegen Bezirksliga Süd-Vizemeister Gunskirchen. Die Kicker aus der Wels-Landgemeinde haben gegen Cem Schwannenstadt das Titelduell verloren und damit den Direktaufstieg verpasst. Sehr interessantes Detail dabei. Wäre Schwaner Zweiter geworden, wäre es zum Vorjahresduell in Sachen Landesliga gekommen. Denn letzte Saison hat Bezirksligist Gschwandt in der Relegation den Klub, der schon zweite Bundesliga-Luft schnupperte, von der Landesliga in die Bezirksliga geschickt. Dieses Spiel in der Contamatic Arena für die Gäste ein Vorbereitungsmatch für die Duelle gegen Gunskirchen am Dienstag zu Hause und am Freitag in der OBW Arena des Bezirksliga Zweiten. Für die Heimelf dagegen geht es nur mehr um einen stilvollen Saisonabschluss. Wir werden heute trotz der fixen Relegationssituation mit der besten Ölfe in das Match gehen, schon ganz klar in die Vorbereitung auf Dienstag. Wir wollen uns trotzdem sauber in der letzten Runde noch einmal präsentieren und ganz klar Vorbereitung auf die Spiel Dienstag und Freitag. Jetzt, wenn man die Landesliga West anschaut, drei Aufsteiger auf den letzten drei Plätzen. Unterschätzt man die Liga ein bisschen als Bezirksliga-Aufsteiger oder wie kommt das? Wir haben uns das Ganze nicht so schwierig vorgestellt, wie es dann wirklich war. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben der Ölfe oder der ganzen Mannschaft letztes Jahr, die was über die Relegation aufgestiegen ist, auch wieder das Vertrauen geschenkt, haben den Kader nicht großartig verändert, haben schon gewusst, dass das für uns eine Challenge wird, haben aber auch gezeigt, dass wir gegen renommierte Landesliga-Vereine auch mithalten können. Das sind sehr viele knappe Ergebnisse, oft nicht für uns, aber durchaus mithalten können und auch die eine oder andere Überraschung geschafft haben. Dass die Fußballfreunde auch ein Match, in dem es um die sprichwörtliche goldene Ananas geht, interessiert, das zeigen die über 200 Besucher in der Gunther Matik Arena. Und die sehen in der neunten Minute, wie Gschwanz Rysvanovic nach einer Ecke, ausgeführt von Kapitän Sierocic, an die Kugel kommt und abzieht. Der Schuss nicht von schlechten Eltern, nur sein Visier hat der Kapitän der Gschwandler noch nicht richtig eingestellt. Eine Minute später die erste gute Aktion der Kabler-Schützlinge über die rechte Seite. Nach der Flanke von Oehrlinger setzt Messe seinen Kopfball, aber über das von Gafric bewachte Gästegeführt. Wiederum nur 60 Sekunden später brennt es dann vor dem Kasten von Heimeins Apart Lichterloh. Nach der super Vorarbeit von Focinjoy hat Tiefenthaler die Chance zum Gäste 1 zu 0. Und auch beim daraus folgenden Corner ist der Landesliga West 14. bei diesem Kopfball von Rastovic ganz nahe dran an der Führung in diesem Landesliga Westmatch der 30. Runde. Der Neuling in Oberösterreichs zweithöchster Fußballliga ist jetzt eindeutig das spielbestimmende Team und hat nach einer Viertelstunde die nächste Peak-Möglichkeit auf das 1 zu 0. In der 18. Minute scheint die Führung für die Gäste Realität zu werden, denn Rizvanovic ist solo unterwegs Richtung Heimtour. Dem 1 zu 0 steht aber der Einser der Sternenstadt-Kicker im Weg. Nach dieser Aktion kehrt dann eine fast eine halbe Stunde dauernde Ruhepause in dieses Landesliga Westspiel ein. Erst in der von ohne Probleme pfeifenden Unparteiischen Baru Cic verhängt den zweiminütigen Nachspielzeit nochmals ein guter Angriff der Gäste, der dann aber auch nichts zählbares einbringt. Und so werden die Seiten bei einem 0 zu 0 zwischen Päuerbach und Gschwand gewechselt. Für die über 200 gibt es in der Pause Erlesenes vom Grill und natürlich das Elektrolytgetränk Nummer 1, sprich das dazu passende Bierchen. Herr Rhein spaziert im Urtelhof und Da Vinci in Päuerbach. Ob Taufe, Hochzeit, Geburtstags- oder Firmenfeier, wir haben dafür die geeigneten Räumlichkeiten. Wir, die Familie Peham, sind auch ihr kompetenter Partner im Catering-Bereich. Ob Hochzeiten, Firmen oder private Groß- und Kleinveranstaltungen mit unserem Catering-Mobil verwöhnen wir Sie mit unseren kalten und heißen Köstlichkeiten. Wo und wann immer Sie es wünschen. Urtelhof.com Auto Püringer in Päuerbach. Ihr Spezialist für Neu, Gebraucht und Sportwagen. Viele Marken, faire Preise. Sie sollten uns besuchen. auto-püringer.at Jochens Imbiss in der Bahnhofstraße 36a in 4722 Päuerbach. Dort, wo man sich trifft und auch bestens isst. Wirt Spaching in Niederspaching 8, 4730 Weizenkirchen. Gut bürgerliche Küche und saisonale Schmankerl genießen Sie in der gemütlichen Atmosphäre unseres Hauses und auch in unserem wunderschönen Gastgarten. Wirt in spaching.at Schlagerfreunde, aufgepasst! Sommernachtsträume des Schlagers im Melodium Päuerbach. Samstag, 17. Juni 2023, Beginn 19 Uhr. Sichern Sie sich noch schnell Ihre Restkarten bei Elmarieger unter 0676 349 1100. Endlich wieder zurück. Das große Heimspiel Open Air des SV Sparhochhauser Pichl. Und das mit einer echten Sensation. Erstmals heißt es in Pichl Kabarett Open Air. Als Gast steht am 8. Juli 2023 mit Michael Mittermeier, ein Superstar der Branche auf der Bühne. Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Karten. Infos auf sv-pichl.at War schon Hälfte 1 keine richtige Augenweide, so wird es in den zweiten 45 Minuten noch ein bisschen dürftiger. Acht Minuten nach dem Wiederarmpfiff gibt es diese Heimchance durch Reiter zu sehen. Der Päuerbacher wird aber im letzten Augenblick an seinem Abschluss gehindert. Ab der 55. Minute setzt dann die große Wechselzeit in der Gunther Matik Arena ein. Sowohl bei der Kabler Elf, als auch bei den Gästen wird jeweils gleich doppelt ausgetauscht. Nach einer Stunde dann dieser Angriff der Haushochviertel über die rechte Seite. Philipp Haslgruber mit der Flanke, der kurz davor ins Spiel gekommene Kornfelder, setzt seinen Kopfball aber klar über den Gästekaster. Apropos Haslgruber, der Herr Magister verlässt die Stadt der Sterne wieder und wird Spielertrainer in Thalheim. Neben Hasi, wie er genannt wird, verlassen auch Michael Doblhofer Richtung Dorf an der Bram und Moritz Wolfsteiner Richtung Spielgemeinschaft St. Marienkirchen an der Polsenswallern, die Päuerbacher Union. Fünf Minuten nach dieser Aktion ein schnell ausgeführter Einwurf der Gschwanter. Über den Abschluss von Kapitän Sierocic höhlen wir das Mäntelchen des Schweigens. In der 70. Minute muss dann das Team vom Präsident Ratzenböck führen. Tut es aber nicht, denn Message lässt nach der Traumvorlage von Kornfelder diesen Sitzer aus. Oder sagen wir es besser so, Gästekipper Garfritsch verhindert mit einer Weltklasse-Reaktion, dass sein Team 0 zu 1 zurückliegt. Hier diese hochkarätige, aber nicht genutzte Chance der Päuerbacher auch noch in Zeitlupe. Nur drei Minuten später eine Ecke für Gschwandt von der linken Seite. Ja und jetzt hat vor dem Kasten von Heimgoli Barth Gästemann Gillesberger das 1 zu 0 für Gschwandt am Kopf. Aber die über 200 in der Grundtraumatik-Arena bekommen an diesem Tag einfach kein Tor zu sehen. Es bleibt beim 0 zu 0. Das ist es dann fast in diesem Match der letzten Runde in der Landesliga West. Fast deshalb, weil Schiri Barucic, Päuerbachs Hauseder, wegen Unsportlichkeit den gelbruten Karton zeigt. Der bleibt allerdings ohne Konsequenzen, denn diese gelb-rote wird nicht in die nächste Saison mitgenommen. In der Tabelle ändert sich mit diesem torlosen X nichts mehr. Die Union Päuerbach schließt auf der Elf ab, der 14. die Union Gschwandt hat ab dem Schlusspfiff ihre Gedanken auf die für den Klassenerhalt entscheidenden Relegationsduelle gegen die Union Gunzkirchen gerichtet. Jetzt steht auch der Gegner der Relegation mit Gunzkirchen schon fest. Wie schätzt man den ein? Wie kennt man den? Ja, kennen wir jahrelang aus der Bezirksliga fahren. Sehr viel Qualität drinnen. Wird sicher eine schwierige Aufgabe, aber auch eine machbare Aufgabe. Wir von Vierviertel TV werden den Fußballfreunden aller Voraussicht nach von diesen beiden Top-Ko-Duellen die entscheidenden Szenen natürlich auf die Bildschirme liefern.